So, dann äh... Eieiei, die aus mir. Ach, jetzt wird das ja schon wieder so dunkel. Speichere Inhalte, das ist immer ein sehr sehr gutes Zeichen. Ah, Blut. Oh Gott, oh Gott. Ich muss mir die Jungs hier oft direkt wieder stumpf machen. Wo war denn noch einer? Verstärkung. Was? Ja gut, ich muss ehrlich sagen, das will ich jetzt mal etwas für lustigend hier. Komm da raus. Komm da raus. Ach Mensch. Ich nehm dir mal die Munition ab. Okay, hier geht's anscheinend weiter. Ach. Hey, das ist doch nervig. Mensch. Haben wir noch irgendwas? Ne. Ja, ne, halt so ein Bein hoch und so. Maschinenpistolen. Hier ist nichts, da ist auch nichts. Hier lang geht's weiter. Ach, na super. Ach, ist ja großartig. Ach, ich freue mich. Oh, Fox hier. Hier ist keiner zu sehen. Ich gehe zur Radiologie. Hier stimmt was nicht. Einfach mal eben nachladen. So. Okay. Blutige Hände. Ein Verbandskasten. Okay, die legen hier jetzt gerade den ganzen Laden in Schutt und Asche. Wie sie es gesagt hatten. Achso, wir kommen gar nicht raus. Okay. Ah, ja. Das wird ein Spaß. Wird das. Jetzt müssen wir uns da durchkämpfen. Ich freue mich. Zack. Oh Gott. Oh mein Gott. Ah. Gott sei Dank. Ich habe vielleicht ein ganzes Magazin in den Reihen gefeuert und der ist nicht umgefallen. Was? Nein. Ah. Ich fange die schon wieder an mit Granaten zu werfen. Ich glaube ich spinne. Ja. Hab ich gemacht. Ich mache mal die Verstärkung. Da hirn ich auch nix alleine hin. Da hirn ich auch nix alleine hin. Ich kann jetzt diesen Napalmwerfer haben. Ja. Ja. Na ha ha ha. Ja, Feuer. Uh. reflex injektor schön wir bekommen die feste dazu und dann geht es jetzt mal einen langen weg gibt es ja noch irgendwas hier haben alles damals voll sind wir auch das heißt wir können jetzt weiter gehen ob das erfreulich ist das glaube ich jetzt mal euch überlassen ja so im zweifelsfall immer den blutspuren folgen ich habe mich gerade ganz ganz schlecht verstanden man dass das lustig das ist alles gar nicht beängstigend hier schon wieder so einer so jetzt haben wir nicht überlebt bist du weg das nehme ich mit das nehme ich nehme alles nicht alles umsonst ich nehme alles mit ich muss jetzt mal dazu sagen es ist gerade kurz nach 0 uhr nachts und so langsam kriege ich hier muffensausen weil es dann doch im dunkeln nachts echt scary ist ... ... ... ... ... Ach ne, wenn gar nichts hilft, nimmt man die Granate. Ufe 12, so wie ich das gehört, ja, ist es voll, ne, hier noch irgendwas zu holen, außer Verbrennung ersten Grades, ne, gut, haben wir auch voll, Jungs, hier ist ein Feuermelder am Laufen, ich frage mich nur, woher, oh Gott, ich sollte nicht so rennen, ey, es ist so ungesund, ja, voll sicher hier, Mist, hab ich's doch geahnt, und was jetzt? Alma, sie will sicherst Harbson back it, sein dierterdienstes Profil ist ungewöhnlich, ich denke, sie kann ihn spüren, auch ohne Verstärkung. Hey, Snakefist, wer ist denn Alma eigentlich? Sie ist die Mutter der Apokalypse, Snakefist Ende. Mir fehlen die Worte. Na, das sind doch mal rosige Aussichten hier, ach Gott, ich will diese Töne nicht öffnen, auch ein Treppenhaus, das geh ich auch. Es speichert schon mal die Daten, ah, ich hasse es, wenn es die Daten speichert, denn wenn es die Daten speichert, dann ist irgendetwas Übersinnliches im Gange. Blut. Überall Blut. Okay, die sagen, ständig eine Lampe, ich sollte mir angewöhnen, dass ich, wenn ich, das schon auslausche, dass ich mein Dämpfgebiet nicht aus habe. Oh, jetzt habe ich den Automaten kaputt gemacht, das tut mir leid. Oh, jetzt habe ich den Automaten ab. Ich werde noch einen Automaten ab.